Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch vorstellen das Sony 100-400 G-Master Objektiv. Ich habe das Objektiv netterweise von objektivvermietung.de für ein verlängertes Wochenende zur Verfügung gestellt bekommen. Konnte das Ding in Anführungsstrichen auf Herz- und Nierentesten halt wie gut es in so einem kurzen Zeitraum geht. Und ja, was ich in der Zeit so für Erfahrungen gemacht habe, wie positiv oder negativ die waren, das in diesem Video. Erstmal vielen Dank an Objektivvermietung, dass sie mir erneut die Chance geben. Wir haben ja das 12-24 schon getestet. Ich kann vorwegnehmen, ich kriege kein Geld für dieses Placement, weder von Objektivvermietung noch von Sony oder dergleichen. Also meine Meinung ist zu 100% unbeeinflusst. Wenn ihr irgendwie Objektive habt, bei denen ihr euch nicht so 100% sicher seid, ist das was für mich oder vielleicht auch nicht, dann kann ich euch nur empfehlen, testet so eine Vermietung mal aus. Ihr kriegt dafür wirklich faire Preise, hochwertige Produkte, Objektive, Kameras, Drohnen, Zubehör und so weiter und so fort. Und gerade wenn man da über Investments spricht, 2.000, 3.000 Euro oder wie jetzt auch bei dem Sony 100, 400, 2.500 Euro Neupreis, kann man schon mal drüber nachdenken, ob man sich das vielleicht nicht vorher mal eine Woche anschaut für einen fairen Preis und danach dann entscheidet, ob ich bereit bin, 2.500 Euro zu investieren für ein Objektiv, was mir dann am Ende vielleicht doch gar nicht so 100%ig zusagt. Ja, 100-400mm Brennweite ist interessant für bestimmte Bereiche. Was macht man überhaupt damit? Ich meine, grundsätzlich kannst du mit deinem Objektiv machen, was du willst, aber was sind so die gängigen Dinge, die man damit anstellen kann? Wildlife-Fotografie, Sportfotografie, Landschaftsfotografie, natürlich auch und Tel ist in der Landschaft immer super, gerade in den Bergen super interessant. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche den Vollmond damit fotografiert. Wir hatten Vollmond und da habe ich den aufgehenden Vollmond fotografiert. Das ist sowieso schon mal ein kleiner Hinweis an der Stelle. Wenn ihr den Mond fotografieren geht und ihr wisst, es ist Vollmond, schaut mal in die Fotopilz-App rein oder wo auch immer, wann geht der Mond wo auf? Weil der Mond, ihr seht die Bilder ja parallel, ich war leider auch zu spät da, aber wenn ihr wirklich da steht, wo ihr stehen sollt, wenn der Mond gerade über dem Horizont aufgeht, ist der manchmal riesengroß und das kann schon sehr eindrucksvolle Bilder geben, wenn man wirklich noch einen geilen Vordergrund dazu hat. Sehr empfehlenswert. Also da wirklich mal Mond auf oder auch Untergang, da funktioniert das ähnlich, halt nur andersrum. Einfach mal da stehen und sein Glück probieren. Ich habe jetzt eine ganz einfache Aufnahme vom Mond gemacht. Beim Aufgang ist er noch so ein bisschen farbenfroher, nicht mehr so weiß wieder, wenn er oben am Himmel steht, aussieht. Ich denke, man kann sich schon in etwa vorstellen, was das Objektiv kann, aber wir kommen gleich nochmal im Detail dazu. Wir arbeiten mit einer minimalen Offenblende von 4,5 im Anfangszoombereich und wenn wir dann weiter reinzoomen, dann haben wir spätestens bei 400, das fängt früher an, haben wir eine Blende von 5,6. Das ist unsere größtmögliche Offenblende. Wenn wir auf dem Sony-Markt schauen, dann gibt es von Sigma ein Konkurrenzprodukt, das auch ein 100-400 ist, aber mit einer Blende 5 bis 6,3. Sprich, wir sind in allen Bereichen blendentechnisch schlechter aufgestellt und das ist gerade für Leute, die Wildlife-Fotografie damit machen wollen, ziemlich schwierig. Das ist aus dem Grund schwierig, dass wir in der Wildlife-Fotografie immer mit relativ kurzen Verschlusszeiten arbeiten müssen, weil Tiere bewegen sich, je nachdem, was ich für Tiere fotografiere, wenn ich an Vögel denke, irgendwie kleine Rotkehlchen, Blaumeisen oder dergleichen, die bewegen sich natürlich extrem schnell, also da sind wir locker mal bei einer tausendste Sekunde, wenn ich die einigermaßen einfrieren möchte, im Flug mal ganz zu schweigen. Dann fotografieren wir Tiere meistens, also zumindest scheue Tiere fotografieren wir ja meistens dann, wenn es irgendwie morgens gerade dämmert oder abends, sprich in Lichtsituationen, wo wir nicht unbedingt extrem viel Licht zur Verfügung haben. Bedeutet, da haben wir auch nochmal unsere Probleme. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man dagegen arbeiten kann. Man dreht den ISO hoch, was natürlich irgendwann zu Bildrauschen führt, oder man arbeitet mit Objektiven, die gute Offenblenden haben. Und ich sage mal, so eine 5-6er-Blende, ein 400mm 2.8 kostet halt 13.000, 14.000 Euro. Also dementsprechend, irgendwo muss man so ein bisschen Abstriche machen, aber ihr könnt euch denken, wie wichtig so eine Offenblende für Wildlife-Fotografen ist und dann rechtfertigt das vielleicht auch den mehr als doppelt so hohen Preis des G-Master-Objektivs im Vergleich zum schwächeren Sigma. Aber das ist natürlich immer ein bisschen individuell abhängig von deinen Ansprüchen und Anforderungen an so ein Objektiv. Wir haben neun Blendenlamellen, eine maximal geschlossene Blende von f40. Total verrückt. Fällt mir persönlich jetzt gerade noch kein Anwendungszweck ein, wo ich das gebrauchen könnte. Wenn du einen hast, gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich möchte euch aber mit den ganzen Zahlen gar nicht totschmeißen. Das Objektiv ist jetzt mittlerweile fast fünf Jahre alt und dementsprechend, da gibt es etliche Labor-Tests zu. Wenn euch die im Detail interessieren, wie schneidet das zu 100% technisch ab, schaut einfach mal in den gängigen Fotomagazinen vorbei. Ich denke, da wird es was geben. Was mich auf jeden Fall interessiert hat, als ich mal auf das Datenblatt geschaut habe, ist der Mindestfokussierabstand. Der liegt nämlich bei unter einem Meter mit 0,98 Metern. Bedeutet, wir können fast schon makroähnliche Shots einfangen. Ich blende euch die mal ein, was ich damit so gemacht habe bei den Osterglöckchen. Und ich finde, das ist eine Fähigkeit, die darf man bei dem Objektiv nicht vergessen. Weil wer kein eigenes Makroobjektiv hat, aber trotzdem die Möglichkeit haben möchte, manchmal mal so eine Blume zu fotografieren oder mal einen Schmetterling oder dergleichen, der kann das mit dem Objektiv auf jeden Fall sehr anschaulich machen. Wir haben dazu noch einen Filterdurchmesser von 77. Also da gibt es auch noch einigermaßen Filter für. Das ist jetzt nicht das Problem wie bei dem 200-600, was ich euch ja auch schon vorgestellt habe. Ich verlinke euch das mal hier oben in der Ecke. Wo es einfach fast unmöglich ist, halbwegs bezahlbare Filter für zu bekommen. Das ist bei dem Objektiv nicht so. Ja, wir haben einen optischen Bildstabilisator. Bei einem G-Master Objektiv für 200.000 Euro sollte man das auch erwarten. Wir haben an dem Objektiv auch diverse Schalterknöpfe und so weiter. Wir haben Custom Buttons, wie üblich bei Sony, die wir frei belegen können. Wir haben einen Schalter, Mode 1 und 2, das verändert den Stabilisierungsmodus. Bei Mode 1 erfolgt die Stabilisierung horizontal und vertikal. Bei dem anderen Modus, sprich Mode 2, erfolgt sie nur horizontal. Das ermöglicht dann unter anderem Mitzieher besser und so weiter. Habe ich jetzt persönlich nicht genutzt, aber für den einen oder anderen wird das wahrscheinlich ein Anwendungsfall sein, der relevant ist und einfach per Schalter umzustellen. Ich bin ehrlich, ich bin Fan von Schaltern und Knöpfen am Objektiv, weil erstmal macht die Haptik Spaß. Das Objektiv liegt generell wirklich wunderschön in der Hand. Es fühlt sich extrem hochwertig an. Ja, und alles, was irgendwie Knöpfe, Schalter ist, die sich hochwertig anfühlen, das macht Spaß am Objektiv und spart unter Umständen auch wirklich viel Zeit. Wir haben wie üblich den AF-MF-Schalter. Wir haben einen Fokusbegrenzer, wie üblich bei den Teleobjektiven. Und wir haben einen Drehring, mit dem wir den Drehmoment anpassen können. Der geht von Smooth bis Tight, bedeutet, ich kann da einstellen, wie leichtgängig oder schwergängig sich der Zoom verstellen lässt. Kann auch wirklich praktisch sein, weil das Problem ist, wenn ich das zu locker einstelle und das Objektiv auf den Kopf drehe, dann fährt der Tubus automatisch aus. Das kann ich damit, da kann ich so ein bisschen gegenwirken mit. Ja, weil ansonsten ist es physikalisch anscheinend einfach auch gar nicht machbar. Da kann ich das quasi feststellen. Wenn ich aber doch dieses weiche, butterweiche Drehen haben möchte, dann stelle ich das einfach auf Smooth und kann wirklich sehr weiche Bewegungen am Zoom vornehmen. Ich hatte ja gerade schon mal angedeutet, dass mir das Objektiv von der reinen Hauptdicke extrem gut gefallen hat. Das ist einfach ein G-Master Objektiv allererster Klasse. Also es fühlt sich wirklich gut an. Es klappert nichts. Alles, also es macht einfach Spaß, mit dem Objektiv zu arbeiten. Das Gewicht geht mit 1,4 Kilogramm eigentlich auch noch in Ordnung, wie ich finde. Wenn wir hier, weil wir haben ja hier schon 100 bis 400 Millimeter ist schon nicht zu unterschätzen. Plus wir haben noch faire Blenden, sage ich mal, bei der Brennweite. Eigentlich konkurrenzlos auf dem Markt, wenn wir das Sigma außen vorlassen, was halt blendentechnisch schlechter ist. Wenn euch das ausreicht, ist das wahrscheinlich eine sinnvolle Alternative. Ansonsten eher nicht. Dadurch, dass der Tubus ausfährt beim Zoom, sprich auf 100 Millimeter, viel kleiner ist als auf 400 Millimeter gesoomt und ich das feststellen kann und so weiter in die Tasche packen kann, ist es auch wirklich angenehm transportabel. Bevor wir in die Bilder reingehen, kann ich schon mal vorwegnehmen, dass das mit Abstand das schärfste Objektiv ist, mit dem ich bis jetzt gearbeitet habe. Also das ist wirklich Wahnsinn, was wir auf 400 Millimeter für eine unfassbare Schärfe haben. Also wir können so reingroppen in die Bilder, das ist unglaublich. Das macht gefühlt schon 100 Millimeter, lässt uns das gewinnen im Zoom. Das ist unfassbar. Ich nehme euch mal einfach mit in Lightroom rein. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass ich den Vollmond fotografieren war und ich denke, ihr seht schon, wenn ich hier reinzoome, dass wir da schon wirklich noch knackige Details haben. Der war jetzt nicht mehr super groß zu dem Zeitpunkt, weil ich, wie gesagt, ein bisschen zu spät war, aber nichtsdestotrotz wirklich beeindruckend, was da an Details, an Kratern drauf ist. Und wir sind ja nur auf 400 Millimeter. Ich hätte jetzt noch mit einem Telekonverter arbeiten können. Ich hätte noch in den APS-C-Modus gehen können, also diesen Super-Zoom und so weiter und so fort. Zum Thema Brennweite, ich hatte ja gerade ganz kurz angeknackst, den Telekonverter. Sowohl der 1,4-fach- als auch der 2-fach-Telekonverter von Sony sind kompatibel mit dem Objektiv. Wir kommen also auf eine Brennweite von bis zu 800 Millimeter, wenn wir den 2-fach-Telekonverter nutzen. Natürlich im Preis für ordentlich Blende. Das muss man immer im Hinterkopf behalten bei dem Thema Telekonverter. Wir kriegen mehr Zoom-Zahlen aber mit der Blende. Am nächsten Morgen war ich dann unterwegs zum Fotografieren von den Osterglöckchen. Und ich zoome mal hier rein und ihr seht schon, dass wir hier Details haben, die nicht von dieser Welt sind. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Also wirklich für 400 Millimeter. Hier haben wir noch eins, ein bisschen andere Stimmung. Das sind minimal entwickelte RAW-Dateien. Also ich habe da jetzt nicht sonderlich viel dran rumgeschraubt. Weißabgleich ist unverändert, aus der Kamera übernommen und so weiter und so fort. Also das ist schon wirklich nicht verkehrt. Bokeh kann ich jetzt nicht sonderlich viel zu sagen, weil das Problem ist, dass ich größtenteils in Situationen gearbeitet habe, wo kein Bokeh zustande gekommen ist, weil das zu fotografierende Objekt viel zu weit weg gewesen wäre und die Blende auch einfach dann an ihre Grenzen kommt, was ein schönes Bokeh angeht. Ihr seht jetzt hier auf den Maiglöckchen-Bildern, auch da haben wir jetzt nicht sonderlich interessante Bokehs. Ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder aus dem Tierpark. Da das gleiche Problem. An dem Morgen, wo ich die Maiglöckchen fotografieren war, habe ich auch on top noch glücklicherweise einen Graureiher an einem kleinen, ich sage mal Teich, See, wie auch immer man das nennen möchte, ist eher ein Teich eigentlich. Da habe ich noch einen Graureiher gesehen, der da ein paar Minuten inne gehalten hat, sage ich mal. Der hat sich auch sehr schön präsentiert zum Fotografieren und wenn man da mal reinzoomt, auch nicht verkehrt. Aber ihr seht schon, das ist so ein bisschen das Problem von dem Objektiv auch, wenn man damit einfach Run and Gun machen möchte und nicht in einem Ansitz hockt oder dergleichen. 400 Millimeter ist halt auch nicht die Welt in der Wildlife-Fotografie und das sollte man wissen. Ich habe das 200, 600 auch einige Zeit gehabt. Da gilt in Maßen auch das Gleiche. Also mehr Brennweite ist in der Wildlife-Fotografie natürlich immer besser, zumindest dann, wenn man bequem fotografieren will. Ich möchte jetzt hier keinen Crash-Kurs-Wildlife-Fotografie geben, aber sei dir sicher, auch mit 400 Millimeter wirst du nicht immer hundertprozentig an die Tiere rankommen, wenn du nicht bereit bist, Kompromisse einzugehen hinsichtlich Ansitz, Tarnung und so weiter und so fort. Wenn dir das bewusst ist, dann ist das ein mega Objektiv für dich wahrscheinlich. Wenn du weißt, was 400 Millimeter bedeuten, wie man damit arbeitet und so weiter, dann ist das ein Go-To-Objektiv. Ich kann dir aber nur empfehlen, krieg erstmal ein Gefühl dafür, wenn du mit diesen Brennweiten noch nie gearbeitet hast, 300, 400, 500 Millimeter und so weiter. Dann ist so eine Objektivvermietung genau das Richtige für dich, ohne jetzt plump Werbung machen zu wollen, weil man muss wirklich bedenken, 400 Millimeter, man guckt da auch jetzt nicht durch ein Fernglas. Das ist immer noch eine sehr, sehr hochwertige Linse und man kriegt damit Dinge nur sehr bedingt rangezoomt. Klar, ich kann das dann an eine APS-C-Kamera ranschrauben und mir mit einem Crop-Faktor noch ein bisschen behilflich sein, aber das geht immer auch zu Lasten der Abbildungsleistung und so weiter und so fort. Also, wenn du noch nie mit diesen Brennweiten gearbeitet hast, dann geh nicht blind los, kauf dir dieses Objektiv, sondern befass dich erstmal damit, reichen mir 400 Millimeter, ist 400 Millimeter das Richtige für mich, ist die Offenblende, reicht die mir aus und so weiter und so fort. All das sind Überlegungen, die in so einen Objektivkauf meiner Meinung nach mit einfließen sollten. Neben dem Thema Schärfe, ich zeige euch ja parallel die ganzen Bilder, über Schärfe brauchen wir bei dem Objektiv überhaupt nicht reden. Wir haben ein unfassbar scharfes Objektiv. Ihr seht die Bilder von den Wölfen oder von den Bären aus dem Tierpark. Ich habe noch ein paar Störche gesehen. Also, das ist alles bis ins Detail extrem scharf. Ich hatte ja gesagt, ich habe das 200-600 auch mal getestet und ich muss sagen, dass der Autofokus mit dem Objektiv hier nochmal spürbar besser ist. Ich habe da jetzt keine belegten Daten zu, aber wenn ich sehe, wie viel Trefferquote ich mit dem Objektiv habe im Vergleich mit dem 200-600, dann ist das nochmal einen Ticken spürbar besser, wie ich finde. Das macht ja sich die Welt aus, ob ich jetzt von 10 Bildern, ich sage mal, 8 scharf habe oder 6 scharf habe. Am Ende des Tages habe ich ein scharfes dabei natürlich. Aber vielleicht ist unter den zwei Unterschieds dann doch nochmal das Killer-Foto dabei. Sollte man dabei bedenken. Autofokus ist extrem gut. Ja, und alles in allem lässt sich einfach sagen, wer ein wirklich scharfes Telezoom mit einer ultraflexiblen Brennweite für eigentlich alles sucht, mit einem extrem guten Autofokus, was in der Landschaft, in der Wildlife-Fotografie, beim Sport und so weiter wirklich den letzten Tropfen aus eurer Kamera holt. Ich muss dabei sagen, ich habe das jetzt mit der Sony A7 III getestet. Wenn ich überlege, dass ich das mit einer A7 IV oder einer A1 geschweige denn getestet hätte, da wäre das ja alles noch einen Ticken besser gewesen. Aber auch so muss ich schon sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Objektiv und es ist schweren Herzens zurück an Objektivvermietung gegangen. So viel kann ich vorwegnehmen. Es landet definitiv auf meiner, vielleicht irgendwann mal, wenn der Preis stimmt, Skala, weil der Preis von 2500 Euro, auch wenn wir gebraucht schon um die 2000, vielleicht sogar einen Ticken drunter sind, der hat es schon noch in sich. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen vermitteln, was ich von dem Objektiv halte, wie meine paar Tage, die ich dann damit hatte, wie die so ausgefallen sind. Und so ein bisschen, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meine Begeisterung auch für das Objektiv rüberbringen. Ich muss das alles ein bisschen verhalten sagen, weil bei einem G-Master Objektiv für 200.000 Euro sollte man natürlich auch erwarten, dass es gut ist. Nichtsdestotrotz, es ist so scharf, wie man sich nur irgendwie vorstellen kann. Es funktioniert so gut, wie man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und ich habe absolut nichts an dem Objektiv auszusetzen. Das ist wirklich Qualität. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.